Hallo Leute und wieder willkommen zu einer weiteren Folge von Clancy's Ghost Recon Whitelands mit mir und Michi. Hi, wieso? Ich habe gehört, wir überfallen jetzt diese Tanke vor uns. Einfach reinfahren und actionen oder? Ah, das ist, ne, das würde ich nicht. Einfach jetzt nach links und dann aussteigen. Auf vor Ort ein Stück. Hier an der Mauer halten und aus. Beziehungsweise wir sollten markieren vorher, ne? Ja. Ich erkenne eine kleine Gruppe Finder. Markierst du? Ach so, ja. Mach ich das, ja. Drohne fliegt. Ich sehe eine kleine Gruppe Tango's. Die haben einen Heli, ne? Ich erkenne eine kleine Gruppe Finder. Den wollte ich ja, wenn es geht, holen. Mehr als drei sehe ich nicht. Okay. Wir greifen an, ne? Er ist erst da. Der Rest ist Zivilbevölkerung, ne? Aufpassen. Pass auf, der Gastank geht hoch. Ich habe den gezündet. Pass auf. Ich habe nur eine Pistel, ne? Ich habe nur eine Pistel, ne? Ja. Ja. Ach so. Kannst du kriechen? Nein. Ich habe halt nur eine Pistel, ne? Ja, eine ansonsten. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich komme hier genau wieder. Nein! Juhu, in dem Moment. Das ist doch nur eine einfache Tankstelle. Selbst das packen wir nicht mal. Mann, sind ihr schlecht. Wieso? Wir hatten doch eben Lauf. Wir haben doch alles mögliche gepackt, eben. Ja. Lief schon ganz gut, eben. Also wenn wir da lang genug dran kämpfen, die ganze Zeit wieder verwecken, dann wird es am Ende ganz einfach. Ja, das Problem war ich. Ich habe jetzt nur, ähm, eine Sniper gehabt und eine Pistel, ne? Hast du jetzt eigentlich einen Muni? Äh... Ja. Oh, geil. Pass auf, wir werden entdeckt. Drittes Ziel da. Markieren. Leg dich hin und wir markieren erstmal. Setze Drohne ein. Also wir haben gemerkt, hinter der Tankstelle sind noch ein paar Gegner, ne? Ja. Okay. Mach 5 Tangos. Wenn du bereit bist. Bist du bereit? Warte, warte. Ja? Oh fuck, du musst mir den einen vor mir ausschalten. Ja? Warte, du musst uns doch mal auf! Oh! Down. You see an der kleine Garten and the tank goes. Beide an der Strasse sind down. Der Rest ist im Gebäude und dahinter. Okay, ich muss das wissen. Der Gastank, ne? Lass den nicht explodieren. Ich will nur den drei dahinter erwischen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Nein, aber nicht alle! Oh, Alter, schießt direkt neben dir! Das ist noch mindestens einer! Ich will den, ich will den, ich will den! Dann kümmer dich um den! Wer hat denn den? Ich hatte den, glaub ich noch! Ey, war's das? Ich hab keine Meldung bekommen, oder gibt's keine? Ich hatte noch ein Problem mit Dämoni in dem Moment gehabt. Oh, das geil ist! Wir haben wieder einen Heli! Ja! Mega! Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden! Ich fliege! Warte mal kurz! Warte mal kurz! Was hast du vor? In dem Gebäude soll noch irgendwas sein hier oben! Hier sind Papiere, die gehören zum Minimus, ja! Die untersucht das! Jo! Hast du eine Meldung bekommen? Ja, Infos entdeckt! Ja! Und das ging's nämlich hier anscheinend! So, ich bin da! Ähm, kannst du mich holen? Jo! In der unten! Ohja! Warte! Doch, ich bin schon da fliegen! Ja, du kannst mit dem Ding schießen, kann das sein! Hat zwei Minigangs! Wir werden entdeckt! Flick weg, flick weg! Jo! Das hat sich erledigt! Es ist nur nicht jemand, die mit schießen sollen! Egal! Was hab ich gemacht? Motor ausgestellt kurz ausgestellt! Mit der 11? Nee, ist alles gut jetzt! Ähm! Weiß nicht, wo wollen wir jetzt hin? Ähm, nee, das war falsch! Ähm! Was ist das denn? Nächster Story! Was ist das denn? Nee, lass da nicht hin! Lass zum nächsten! Da hinten! Wir werden hier entdeckt! Ja, das ist ein großer Checkpoint! Weg weiter! Paket im Anschluss! Ich hab's noch überlebt! Ja! Ich auch! Aber ich bin blutig, ne? Bei dir auch? Ich bin jetzt so... He, die ist auch nicht aufgestürzt! Kann ich wohl! Ja, weil du bist... Kannst du da raus? Nein! Ich hoffe, ich brenne nicht weiter! Einmal läuft da an die Seite vorbei! Kannst du mich holen? Oh, verdammt nochmal! Okay, wollen wir doch da hin! Wenn wir eh keine Hubschrauber mehr haben! In die Basis? Ja! Auf jeden Fall holen wir uns ein scheiß Heli! So... Ne, erstmal holen wir uns die Infos, die da dran sind, okay? Ja! Aber die ganze Basis müssen wir halt, ne? Ja! Ich glaub, das ist unser heutiges, letztes Ziel! Ist mein Nagel nur dran für die scheiß Rolle! Naja, ich bin froh, wenn ich die weiter updaten kann! Ja, das auf jeden Fall! Aber ich glaub, ich hab noch ein paar Punkte übrig, da kann ich noch abdaten! Kannst du mal so weit... Ich glaub, dass man die so weit updaten kann, dass du mit der auch schießen kannst! Das glaub ich nicht! Das kannst du nur Batterie, Reichweite updaten und halt Nachtsicht! Boah, der hat wieder mal keine Ausdauer bei mir, der Typ! Was ist denn das für ne Base? Mit Radar-Station! Oh! Hier ein fetter MGs da vorne! Ist gut bewacht, ne? Ja! Du, vielleicht viele gibt's denn hier, verdammt! Wenn man da nicht so viel sehen ist! Oh, oh! Der Alarm geht los! Die haben Alarm geschlagen! Das heißt, die bekommen Unterstützung! Ja, du kannst jetzt schon kämpfen, ne? Die wissen, dass wir da sind! Ich habe hier eine Kartell-Sendestation! Wir sollten die Tür aufbrechen und das Kontroll-Terminal schrotten! Wer soll dich treffen? Ziel eliminiert! Ähm... Klobom bewegte sich! Den Heddy da oben musst du erledigen! Ich habe keine Raketen, ne? Um Gottes Willen! Doch, das war keine gute Idee! Der kriegt das schon irgendwie hin! Die müssen wir ja jetzt! Ja! Oh, den habe ich noch Rad geschafft am MG, den Typ! Also der am MG ist tot, ne? Der kommt schon demnächst direkt hin! Nee! Wir müssen die Durchsage-Dinger da zerstören! Wir müssen kurz Deckung geben! Die ist mir jetzt auf die Drohnen-Tour! Den am MG habe ich wieder! Wie schaut's aus? Nein, dein Boden! Verfick der Scheiße! Was war denn das? Die ganze Mauer bei dir weggesprengt! Kann sein! So, ich habe die Straße im Blick! Die sieht leer aus! Ich bin jetzt drin, ne? Ich bin schon drin! Okay! Ich wechsle nochmal auf Sniper! Ich habe da nochmal ein Ziel entdeckt! Obwohl da sind Gefangene! Die können wir gleich befreien! Ich habe Gefangene entdeckt! Die können wir gleich befreien! Das ist ein Luftabwehrsystem! Die haben ein Luftabwehrsystem! Das ist doch! Sprich, wenn wir im Moment mit dem Hubschrauber gekommen wären wären wir eben halt abgeschossen! Was ist das? Ich weiß es nicht! Ich geh jetzt rein! Ich untersuche was! Ich habe einen Hinweiser von Kartellgefängnis in einem Dorf namens Rosario! Dort halten sie viele Sympathisanten gefangen! Auch das mieseste Gefängnis führt Buch! Ja! Ich habe einen Hinweiser von Kartellgefängnis in einem Dorf namens Rosario! Im Wachbüro sind vielleicht Hinweise zu den Vermissten! Das sollten wir überprüfen! Hier sind Details zu einem Kartell Versorgung, Sili! Wir müssen ihn nur kapern und den Rebellen zu kommen lassen! Oh geil! Einfach, oder? Versorgung, Sili! Ja, ne? Oh, mit dem teilt ich irgendwas, ne? Hm. Was kann man denn hier noch alles machen? Du befreist ihn, ne? Was? Hier sind noch Gegner drin! Hä? Ach lol, ist ja lustig! Ich hätte gerade das nicht... Hier sind doch noch Gegner, oder? Ich weiß es nicht! Hier in das Haus kann ich nicht rein, kannst du da reingehen? Nein! Nein! Nein, ich glaube hier ist keiner mehr! Wir haben alles, ne? Würde ich sagen! Oder? Warte mal! Da oben steht eine Munitionskiste, nur... Kann man bei diesem Durchsagesimbulen irgendwas machen? Oh, hier ist noch nichts mehr! Okay! Ja geil! Jetzt schaue ich mir mal kurz die Freischaltungen an, was ich noch freischalten kann! Und dann würde ich sagen, wo ist das für heute? Ja, jetzt ist die Frage... Was nehmen wir denn jetzt hier mit? Also... Ich schalte gerade mal bei der... Wir müssen ja irgendwie rein! Also bei der Drohne! Ich kann dir jetzt mal gerade sagen, was man bei der Drohne alles freischalten kann, ne? Ja! Ich bin jetzt Stufe 5! Bis Stufe 7 quasi kann ich nur Batterien verbessern, Nachtsicht eine Stufe habe ich schon und Reichweite verbessern, ne? Später ab Stufe 7 kann man noch das Tempo erhöhen, Markierungsbereich kann ich erhöhen, die Tarnung, den Cooldown, Krachmacher, sprich, dass er einen nahegelegenen Gegner ablegt, ja genau, und ab Stufe 15 besserer Zoom. Mit Stufe 15 kann die Drohne Sprengladungen platzieren. Michi, du musst die Türen sprengen! Warte mal, zeig mir das mal! Das wusste ich nicht! Ich anvisiere, steht da Sprengen! Warte! Ich komme! Da sind doch noch Leute! Ach, drauf schießen, oder wie? Ich weiß nicht, geh mal weg! Oh, Munition! Warte, woher noch irgendwo Munition ist? Warte, ich hab ne Granate, warte, warte! Ich muss trotzdem Money aufladen! Nimm das! Hier, er ist offen! Du hast recht gehabt! Und da sind Gegner drin! Einer ist tot! Oh, trotzdem Munition! Wusste das nicht! Ah, fuck! Fuck! Ich bin schwer getroffen! Äh, Mario? Ja, ich hab hier Munitionsproblem! Ja, da ist doch ein Munitionssymbol bei dir! Na, angeschlagen! Wir müssen das Ding noch stürmen da unten! Äh, da geben uns den Infoort! Wir müssen das Ding noch stürmen da unten! Äh, da geben uns den Infoort! Ja, ne! Ich war da dabei, aber... ging nicht! Fuck! Naja, so schnell kann's gehen, ne? Ja! Aber das Ding will ich jetzt noch einnehmen, auf jeden Fall! Hm! Jetzt sag mir nicht, dass wir alles hier von vorne machen müssen! Nein! Sollte zumindest nicht! Nee! Doch! Nein! Nein! Nein, wir müssen nur das Gebäude einnehmen noch! Oder? Nein! Hier sind Gegner! Hast recht! Fuck! Hast sogar recht! Fuck! Oh, nö! Hab ich jetzt irgendwie grad gemacht auf Nummer alle! Wo? Hm? Totalig schlau! Nein! Weg da! Okay, das war's! Ich glaube! Auf Wiedersehen! Oh, fuck! Ich glaube, wir machen das morgen weiter! Oder schaffen wir das noch? Ja, ich leg mich mal zu dir! Ok! Gute Nachts! Nein, ich glaube, ich werde noch die Skillpunkte, ne, die werde ich auch morgen in der nächsten Folge machen und, ja, denke ich gerade angebracht, dass das für heute alles war, ne? Jo, in der nächsten Folge geht's dann weiter, wenn wir das Ding einnehmen. Genau, bis dahin. Wenn wir noch spawnen, ich hab keine Ahnung, wie das ist, wenn wir das Spiels beenden. Ja, schauen wir dann morgen, ne? Okay, dann bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, adios. Ciao. Ciao.